So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der dritte Versuch dieses Video aufzunehmen, weil erst hat Adi den ganzen Tisch umgeworfen, dann beim zweiten Versuch hat er Zoll geklingelt. Also jetzt ist hoffentlich kurz Ruhe und ich kann kurz dieses Video aufnehmen für Pokémon GO für diese Woche. Mein Plan für diese Woche. Das Event, der Boni für diese Woche. Das Ticket für diese Woche von NetGhost. Was für ein Ticket, warte mal, das ist schon wieder alles so durcheinander. Oder, das machen wir mal kurz weg, zeigen kurz das. Der NetGhost hat mir jetzt das Ticket für das Ultradimensions-Event geschenkt, was heute am Montag um 10 Uhr gestartet ist. Und ihr wisst ja, jeden Tag kommt eine andere Ultra-Bestie in die Raids. Jetzt hatte ich erst den Plan und hatte übelst Bock, dass ich jeden Tag einen Community-Raid mache. Also Montag mit Schlinking, Video vor Ort, Raid-Video, Schlinking, Bam, Dienstag an Ego, Mittwoch dann... Ja, was halt Mittwoch da ist, ich glaube, das ist dann hier Katagami und Kargoron. Donnerstag dann Koblosio, Muramura und Freitag eben dann Chabelle, Masquito, Voltriant. Also wir haben ja eh nur den Schmutz, deswegen ist das ja egal. Aber Freitag sind wir ja sowieso nicht da, weil wir dann nach Gera fahren zum Thomas und zertreffen auch mit Genaya und dem Rest. Weil wir ja das Go-Fest in Gera spielen wollen am Wochenende. Also könnte ich da ja eh kein Community-Raid mit Video vor Ort machen und hochladen, würde gar nicht kommen. Mittwoch ist ja eh Raid am Mittwoch mit euren Einsendungen. Konkurriert sich, beißt sich. Montag, jetzt ist dieses Infovideo. Deswegen musste ich umdenken, ich lasse es einfach, da es mit dem PC ja eh die ganze Zeit Probleme gab jetzt und ich immer noch auf den neuen PC warte. Um gut und sicher und schnell zu arbeiten, machen wir es jetzt anders. Erstmal möchte ich mich bedanken bei NetGhost für dieses Ticket. Er hat gesagt, ich soll kein Video darüber machen, weil in dem Ticket ist nichts drin, nur Bonbons. Jetzt habe ich mal geguckt, die Boni, die ich mit dem Ticket aber habe, sind, dass ich ja trotzdem mehr Erfahrungspunkte kriege pro Raid, mehr Staub, mehr Bonbons, mehr XL-Bonbons und zwei tägliche Raid-Pässe. Ich dachte, ich werde mit der Forschung ja eh nicht fertig bis zum Wochenende, weil man insgesamt zehn Raids gewinnen muss. Es gibt eine freie Forschung, wo man zehn Raids gewinnen muss und aus jeder Aufgabe kriegt man eine Ultra-Bestie. Man müsste die also nicht mal raiden. Man kann auch ein Einer-Raid machen, damit die Aufgabe lösen und dann die Ultra-Bestie fangen aus der Forschung. Man kann aber auch die Ultra-Bestie raiden und dann aus der Aufgabe die Ultra-Bestie wiederkriegen. Aus dieser Bezahlforschung gibt es aber nur XL-Bonbons. Trotzdem, in der Bezahlforschung habe ich zwei Pässe und das heißt ja, ich kriege zehn. Warte mal, wie lange denn? Wie lange läuft das? Ich kriege zehn. Sagen wir mal zehn Pässe jetzt gratis für fünf Euro. Das sind also die Hälfte gespart. Das passt schon. Plus eben die anderen Boni dazu. Dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn für Bonbons, für wen und was. Und da ist mir aufgefallen, bei Gewinne fünf Raids ist Anego und Anego ist grau. Das heißt, ich habe im Pokédex noch gar keinen Anego registriert, eingetragen. Alle anderen haben wir in letzter Zeit, weil die ja in letzter Zeit auch eben da waren, Community Raid gemacht. Raids für Zuschauer gemacht. Wir sind übersättigt. Anego habe ich selber nicht im Pokédex. Das heißt, Anego würde ich vielleicht trotzdem ein Community Raid mit Video machen und das dann am Dienstag. Heute ist aber Montag. Ja, ansonsten mache ich das für mich fertig. Die Forschung, Cosmog habe ich auch nicht eingetragen. Ist auch ein Schatten da. Das passt. Jetzt können wir das wegmachen. Also heute Infovideo, Mittwoch, Raid am Mittwoch, Dienstag würde ich ein Anego Community Raid machen mit Video. Das ist dann so die Woche, weil ich Samstag, Sonntag ja dann in Gera streame. Raid Tour mit Thomas, mit allem anderen. Da kann man ja immer noch die Ultrabästchen raiden. Und meine Raids, meine zwei Pässe werde ich in der Raid Gruppe in Telegram immer wegmachen. Das wäre jetzt so mein Plan. Was ist das jetzt aber hier? Wenn ihr ein Ticket für das GoFest Global habt, habt ihr auch ab heute nochmal einen besonderen Bonus, der die 7 Kilometer Eier betrifft, weil das auch wieder dann Event-Pokémon beinhaltet. Und die möchte ich kurz mal zeigen. Nicht, dass es heißt, das wusste keiner. Hätte da mal einer ein Video drüber gemacht. Pokémon GoFest Global. Vorzeitiger Zugang zum Eichspektakel. Montag, 8. Juli ist heute ab 10 Uhr bis Sonntag, 14. Juli 23.59 Uhr. Ihr habt also die ganze, komplette Woche Zeit. Wenn ihr ein Ticket für das GoFest Global habt, habe ich. Danke dafür. Erwartet euch eine letzte aufregende Überraschung. Hier die Details. Event-Boni. Eine Woche vor dem Haupt-Event. Zugang zu ei-bezogenen Boni. Die Boni dauern von Montag bis Sonntag. Es gibt halbierte Schlüpft-Distanzen, wenn Eier in die Brutmaschinen gelegt werden. Trainer können 40 Geschenke pro Tag öffnen. Das ist schön, wenn ihr mit euren Freunden aufsteigen wollt oder eben Glücksfreunde sucht. Eine erhöhte Chance, schillernde Pokémon aus 7 Kilometer Eiern auszubrüten. Ist wieder eigentlich was, was mich gar nicht betrifft. Weil wenn ich Geschenke mache, habe ich keinen Platz für Eier. Das heißt, ich kann gar keine 7 Kilometer Eier aufnehmen. Und da ist auch eigentlich nie irgendwas Cooles drin gewesen in letzter Zeit. Jetzt ist aber eben für das Event was Besonderes drin. Und zwar, guckt euch das an. Während des Haupt-Events erhaltet ihr dieselben Eier aus Geschenken mit der gleichen erhöhten Chance auf schillernde Pokémon-Dos. Durch die exklusive Chance, nicht entgehend zum ersten Mal im Pokémon-Go ein schillerndes Miniras auszubrüten. Die ganzen drei Feste vor Ort hatten ja jetzt neues Shiny, was eingeführt wurde. Eben auch Krabbox, eben auch hier Pikulende und so Zeug. Miniras sollte ja sowieso global dann weltweit eingeführt werden. Miniras kannst du jetzt auch brüten. Das sind aber die Chancen, wie oft und wie häufig ist was in den Eiern drin. In den 7 Kilometer Eiern ist jetzt Pikulende, Emolga, Krabbox, Miniras. Die sind sehr häufig drin. Wer also noch kein Pikulende jetzt im Event gefangen hat, kann da vielleicht eins brüten. Wer noch kein Krabbox hat da, Emolga. Na ja, damit macht man glaube ich eigentlich nichts. Miniras dann eben ganz neu unterhöht und ist ansonsten auch eher ein selteneres Pokémon. Pokémon, was seltener in den Eiern jetzt ist, aber trotzdem drin ist, ist Corazon, Knospi, Maracamba, Skalük, Wuffels. Maracamba finde ich mega interessant, weil das ja ein regionales ist, was sonst du eigentlich nie findest, aber jetzt aus dem 7 Kilometer Ei brüten kannst. Nicht als Shiny. Corazon, aber schon als Shiny. Sieht auch übelst genial aus, weil es dann blau ist, Knospi, Shiny. Himpermet, Skalük hast du sonst in den 12 Kilometer Eiern drin. Wuffels. Jetzt ist Wuffels, es ist hier oben Wuffels drin, aber es ist auch hier unten Wuffels drin. Hä? Beides kann Shiny sein und unten neben Wuffels, was am seltensten ist, ist auch Ignivore, was ja auch die wenigsten als Shiny haben, aber da ist noch ein Zeichen dran. Da steht nämlich ein Wuffels, das sich zu Wolverog in der Zwielichtform entwickeln kann. Das heißt, nicht jedes Wuffels wird Zwielichtform, sondern nur Tag und Nachtform. Aber ihr könnt in den 7 Kilometern Eiern jetzt eben auch Wuffels brüten mit erhöhter Shinyrate, die sich zu Zwielichtform entwickeln können. Oder eben Ignivore. Schon macht es das ein bisschen interessant, aber ich habe trotzdem keine Brüter. Die habe ich leider im Ignivore Event alle ausgegeben. Und ich kann keine 7 Kilometer Eier aufsammeln. Das ist jetzt mein Nachteil. Ansonsten erwarten euch noch weitere Abenteuer. Genau, da steht nochmal alles, was zu dem Event, Ultradimension, Bestien, dass jetzt jeden Tag eine andere Bestie da ist. Ich werde auch jeden Tag die Konderliste posten, aber meine Raids halt in der Raidgruppe machen. Ich werde immer dann gucken, dass ich vielleicht zum Wechsel ab 11 Uhr einen mache und dann einen ab 17 Uhr. Dass also die, die da Frühzeit haben, mitmachen und die, die Abendszeit haben, da mitmachen, dass es ein bisschen aufgespalten ist. Und Dienstag werde ich eben versuchen, einen Community-Raid mit Anego zu machen, mit Video, was dann auch online kommt, weil mir der noch im Pokédex fehlt. Und natürlich gibt es noch den großen Artikel zum globalen Go-Fast. Generell mit allem drum und dran. Das ist eigentlich schon alles so. Danke an NetGhost. Danke, dass ich jetzt zwei Raid-Pässe habe. Das ist wirklich cool, denn ich sammle damit mit Raids ja auch Sonderbonbons, die ich wieder brauche für Mewtwo, für Rai Quarza und so weiter. Ich finde es gut, dass man jetzt auch mehr Geschenke aufmachen kann, dann wieder. Ich brauche Glücksfreunde. Ich brauche noch ein gutes Rai Quarza, damit ich das endlich auch schon auch schnell mega entwickeln kann. Also man hat ein bisschen Bock, man hört es vielleicht. Ich freue mich eigentlich auf das Wochenende, nicht auf den Stress, aber doch einfach mal wieder mit Leuten eine kleine Raid-Tour zu machen. Für mich sind die Shinies dann auch nicht so interessant. Die Aufgaben, naja, aber die Raids. Raiden, ne, krotz mal raiden. Samstag, Sonntag, kleine Tour, Stream. Es wird wieder Stress pur, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Wo spielt ihr das Go-Face global? Schreibt es mal rein. Habt ihr euch das Ticket für das Go-Face schon gekauft? Habt ihr euch das Ultra-Dimension-Ticket jetzt gekauft für die Bongbongs? Und damit ihr zwei zusätzliche Raid-Pässe habt, also ne, einen zusätzlichen zu dem, den ihr habt, schreibt es rein. Ansonsten esse ich jetzt Mittag, dann kriegt Jonas Mittag, dann, keine Ahnung, ist das der Montag? Und, heute Abend probieren wir Chill mit Ramses. Ich gucke, ob das jetzt hinhaut wieder mit dem Stream. Dann ist auch heute die Auslosung, die Verlosung von diesen EM-Pikachus, die ja schon ausstand und eine Woche aussetzen musste, weil der PC kaputt war. Also, heute Abend EM-Pikachu-Verlosung. Guckt es euch an, seid dabei, und dann könnt ihr vielleicht eins abstauben. Fünf Stück gibt's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.